Uca Nudel Eine der Instant-Nudel-Spezialitäten von DXN, die in Europa erhältlich sind, Uca Nudeln, die Ulum-Tee-Extrakt enthalten. Sie kann in drei Minuten zubereitet werden. Wie grüner und schwarzer Tee wird auch Ulum-Tee aus den Blättern der Camellia sinensis hergestellt. Während grüner und schwarzer Tee an den beiden Enden der Fermentationsskala stehen, wobei grüner Tee nicht fermentiert und schwarzer Tee fermentiert wird, bis er schwarz ist, liegt Ulum in der Mitte. Ulum-Tee vereint die besten Eigenschaften von grünem und schwarzem Tee. Es hilft, Gedächtnisverlust und kognitivem Verfall des Gehirns vorzubeugen. Es senkt den Blutzucker und Pholesterinspiegel sowie die Menstruationsschmerzen. Stärkt die Knochen, beschleunigt die Fettverbrennung, verbessert die Leberfunktion. Antikrebs, antibakteriell und antimikotisch. Es verbessert die Konzentration und verlangsamt die Alterung durch seine antioxidative Wirkung. Du kannst Uca-Nudeln nach deinem Geschmack würzen und jedes Nudelgericht damit zubereiten.